In der letzten Woche berichteten wir über das Pressegespräch mit der Verkehrsunfallkommission. Beim Mängeln mussten wir fehlende Statistiken zum Vergleich des Vorjahres. Heute können wir die Informationen nachreichen. Deutlicher Rückgang bei Unfällen, Verletzten und Toten, so lautete Verkehrsunfallbilanz 2000. Eine durchweg positive Entwicklung konnte die Polizei des Landes Brandenburg in der Verkehrsunfallentwicklung des vergangenen Jahres verzeichnen. In den Bereichen Unfälle und Verletzte konnte ein Rückgang von über 6%, bei den Verkehrstoten sogar über 12% verzeichnet werden. Bei den Verkehrsunfällen ist Brandenburg sogar unter der Marke 100.000 geblieben und liegt damit voraussichtlich noch unter dem Bundestrend. Als besonders erfreulich gilt die Tatsache des Rückgangs von Kinderunfällen. 11,3% weniger im Vergleich zu 1999, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Verdienst von Verkehrserziehung und Aufklärung bereits im Vorschulalter.